Keine neue Kirchensteuer, erst recht keine Erhöhung. Was sich seit dem 1. Januar 2015 geändert hat, das ist das Einzugsverfahren der Kirchensteuer auf Kapitalerträge. Dennoch hat diese Nachricht schon Mitte des vergangenen Jahres zigtausende zum Kirchenaustritt bewegt. Die Bindung vieler Christen an ihre Kirche ist nur noch schwach. Daran ist die Kirche nicht ganz schuldlos. Zu lang hat sie die weggeschickt, die ihrer Norm nicht entsprachen. Zu wenig hat sie für die sogenannten Kirchenfernen getan. Zu eng haben sich mancherorts die Reihen um den Altar geschlossen. Sicher manches hat den Aderlass der Kirchen beschleunigt. Größere Individualität und mehr Selbstbestimmung auch in Fragen der Religion. Aber zuallererst müssen die Kirchen ihr Gewissen erforschen. Haben sie genug getan, um wirklich alle einzuladen? Haben sie verständlich genug gesprochen, als sie von Heil und Erlösung gepredigt haben? Haben sie ihre heilbringende Rolle in dieser Welt energisch genug ausgefüllt? Papst Franziskus hat mit Worten und Taten schon viel frischen Wind in die Kirche gebracht. Wird er weiter vorangehen? Wird er die überkommenen kirchlichen Lehren reformieren? Wird sich die Kirche wandeln hin zu einer einladenden, zeitgemäßen Kirche? Und werden die Kirchengemeinden mitziehen? Viele Fragen an die Kirche des noch jungen Jahres 2015. Doch in einem können wir getrost in die kirchliche Zukunft schauen. Es ist der Geist Gottes, der in der Kirche weht, der sie bewegt und auch 2015 wieder lebendig macht. Und das ist der Geist Gottes, der sie bewegt und auch im Geist Gottes. Geist Gottes, der sie bewegt und auch im Geist Gottes. Geist Gottes, der sie bewegt und auch im Geist Gottes.